So, auf zu Harkas, Gegend wieder. Ist echt cool, wir haben schon im ersten Level einfach mal alle Kalister. Also alle Silbernen, die Goldene nicht. So, dann. Auf geht's, wohl Kampfart. Yeah. Oh, direkt gestartet, ohne dass er reingepft ist. Harka brüllt wieder rum, weil das cool ist. Und er geht voller. Und er denkt sich, ich bin cool. Und geht weiter. Eigequetscht. Oh, blöd, auch blöd, weil der Fuße einfach abfällt. Get it. Und dran stecken. Und er denkt wieder völlig aus dem Lied. Man sieht, sein Fuß ist wirklich ganz eingewenkt. Ne, ne, ne. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Ne, ne, ne. Ne, 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 ne. Das Level hat mir damals als Kind besser gefallen. Vor allem da können wir dann auch mit Harka was machen. Ich glaube, wir werden das Level hier mit Harka nochmal spielen. Vor allem gerade weil wir hier mit Harka was machen können. Im ersten Level können wir ja gar nichts mit Harka machen. Deswegen ist das eigentlich sinnlos. Dann spiele ich lieber ein Level, das auch sinnvoll ist mit Harka. Das ist definitiv das hier, weil hier können wir was mit Harka machen. Aber hier brauchen wir den Helmholtz schon direkt, ne. Ja, wir brauchen den hier schon. So witzig, hier ist so ein Gold in der Jala drauf. Oh, und selber, dann kommt Dana. Get it. Aber schon mal selber. Hey. Und down. Musik ist so geil. Also wenn die Gegner da sind. Jetzt nicht mehr. Sonst die, sonst die Musik ist so Standard. Aber die, wenn die Gegner da sind, die ist dann echt total geil. Ich mach mal. Bei Lob leider. Im Team sind so ein Monster. In der Uhr. In der Uhr. Ne-ne-ne. So. Da macht. Die macht. Ein zu episch. Was ist so genau das? So das wollen wir. Und wir nutzen die Macht. Baby. Wie geht's. Das ist episch. Das ist so cool. Ich glaube wir gehen jetzt hier in dieser Welt mit Jalla gerade ab. Ja hier braucht man ziemlich oft den Helmholtz. Ihr merkt es. Schon direkt am Abfall 2 Mal. Gut. Wir werden gefightet. Ich werde jetzt hier mit Jalla spielen. Weil wir brauchen den öfter um über Lava drüber zu gucken. Außer müssen wir seine Auszeiten nochmal kriegen. Ich glaube man kann kommen mit jedem Tor 2 oder so. Oder mit manchen Toren eine. Ich komme mit jedem 2. Mit Tali haben wir jetzt ja eine. Mit Muki haben wir eine. Mit Matovo haben wir eine. Ich glaube schon dass wir mit jedem 2 kriegen. Das wäre ja komisch. So. Yeee. Lechtermitz. Und dran. Kogu spring. Juh. Zerbummt. Hehehe. Ne 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 ne. Ne ne. Ne ne ne. Ne ne ne. Ne ne ne. Ein Goldner. Sehr schön. Die. Wie so shit. Stupid Waki. Oh no. Kapus. Die ist. Oh da ist ein Bordak. Der steht wieder auf. Achtung. Okay. Der hatte Klitsch. Dass er nicht. Dass er nicht. Umfällt. Bei seinen ersten KP. Das kann öfters vorkommen. Dass der. Waki nicht umfällt. Hier kommen jetzt echt viele gegen. Das ist krass. Sterbt. Nen. 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 Waki nutzt die Macht. Das ist Submo. So da. Bei dem kann ich es euch zeigen. So. Er fällt um. Und jetzt steht er wieder auf. So ein Arsch. Und ich glaube. Und danach stehen die ja auf zwei Beinen. Und die schießen da so strahlen. Werde ich euch kurz nachher zeigen. Einfach damit ihr es mal seht. Das macht dann auch so einen geilen Sound. Und ich glaube dann machen sie einem wirklich ziemlich viel Damage. Wenn die wirklich so aufstehen. Können und dann so schießen können. So da können wir mit. Wieso wieder was machen. Ich zeig's euch jetzt mal. Ich hau ihn um. Achso das war ein Rohrzack. Okay der stirbt direkt. So die besiegen wir hier kurz. Aber ich wollte eigentlich kurz nur mit Humi das hier machen. Und zu stürmen. Da können wir mit dem Barot immer putzen. Oh je. Dann sind wir auch wieder im Hellen Bus. So. Zack. Gut tut. Jetzt fängt das Spiel wieder zurück. Warum warum? Keine Ahnung. Mit Traps wird sich schon beruhigen wieder. Und dauernd. Nutzen wir die Macht. Ähm. Die Gegner können mir ja jetzt ja egal sein. Weil ich hier auch ein bisschen beruhigen. Und dauernd. Nutzen wir die Macht. Das ganze Geld. Yeah. Zack. Stirb du Raki. Na ich kann es euch zeigen jetzt. Achtung. Boah. Ist krass. Dass der da so abgeht. Da drüben ist noch ein Kalister. Dome ist noch einer. So wir aktivieren das. Muss man zuerst machen. Bevor man mit Kongo wieder hochspringt. Zack. Der Kongo der kann ja nicht fliegen. Er ist zwar ein Tor der Luft. Aber. Er hat keine Maske die ihm das Fliegen ermöglicht. Und auch keine Wachen. Aber nun Paro könnte fliegen. Ziemlich. Ungewöhnlich. Ein Tor der Erde der Fliegen kann. Aber. Er kann es. Aber auch nur dank seiner Maske. Er kann dank seiner Maske fliegen. Die Maske des Flugs. Hat er. Das ist kein Scherz. Das ist wirklich so. Das ist wirklich. Finde ich schon ein bisschen quatschsinnig. Das Tor der Erde fliegen kann. Ich meine. Erde. Der hat doch gefälligst auf dem Boot zu bleiben. Unter der Erde. Auch. Das ist jetzt wehgetan. Weil ich in die Wand da reingefahren bin. Aber es ist egal. So schnell mal ein paar Gegner bevor die ankommen können. Da der eine ist wieder aufgestanden. Der ist aufgeregt. Aber es ist gleich vorbei. Wir müssen jetzt hier noch den Endbones machen. Und dann. sind wir hier eh durch. Zwei Kanister. Einer kommt glaube ich noch. Ein goldener noch. Oder zwei. Kriegen wir denn jetzt einen Silber? Ich weiß es gar nicht. Sind jetzt alle tot? Ne da hinten sind noch mehr hier. Ist er tot. Und die Tür öffnen. So. Dankeschön. Ich will durchlaufen. Hallo. Da ist der letzte Silberne. Sehr schön. Wir haben alle Silbernen wieder. Der Hakkos ist das zweite Mal jetzt. Nicht cool. Aber mit. Boah. Sprengend. Habt ihr das gesehen? Wie viele Gegner da gerade waren? Das war extrem. Da musste ich doch eine Bombe werfen. So. Und das schenkeln wir aus hier. Und klettern. Ah. Hier ist auch noch ein Goldkanister. Ja. Die anderen zwei. Einen kriegen wir durch Hakkos. Den anderen durch Welsung. Das ist eh gut. Da haben wir alle Kanistern. Die wir bis jetzt kriegen. Haha. Geschafft. Und Hakan. Denkt sich. Ich bin völlig überlegen. Schießt. Ich hab's. Los geht's. So. Und was bekommen wir? Einen Sukorak. Und was bekommen wir für Masken? Okay. Eine Maske, die... Ich hab keine Ahnung, wie die heißt. Und eine Kanui. Ach. Fragt mich nicht. Eine Huna ist das. Ja. Eine Huna ist das. Wulkampfahrt gemeist. Und was noch? 250 Gegner als Jala besiegt. Okay, Jala ist also auch durch. Mit dem müssen wir also auch nichts mehr machen. Dann ist das wirklich so, dass jeder Tor zwei Erfolge hat. Weil wenn Jala jetzt auch zwei hat, dann ist das tatsächlich so. Dann müssen wir mit Huki noch einkriegen, mit Matoro und mit Harley. Du Powered beide. Kongo beide. Jala aber. Ja, die drei noch. Dann haben wir mit allen. Harley, los! Feurige Miene. Da ist Butaka, der Boss. Das macht aber sogar Sinn, weil der hatte der Story auch eine Rolle gespielt. Der war da, der Böse. Der war auf der Perakka-Seite sogar. Also das ist sogar ein Boss, der sogar passt zu dem Jahr. Butaka ist ja auch ein bisschen... Naja. Weil sie ja nicht sprechen, die Charaktere. Versucht man halt mit so... Mit solchen, äh... Böööö... Stimmen. Charaktere. Na, Butaka hat wahrscheinlich nur so getan, als ob er dumm wäre. Also hat der Hark hat eigentlich verarscht. Also Harley müssen wir viel spielen. Harley, Matoro und Huki. Weil die haben die Auszeichnung schon nicht. Weil dann haben wir die Tor-Gegner-Auszeichnung schon mit jedem. Und müssen dann... Auf das schon mal nicht... Da müssen wir schon mal nicht mehr drauf achten, welchen Tor wir oft spielen können und wen nicht. Weil dann kann ich zum Beispiel nachher dauernd Konku spielen oder so. Jetzt killt hier Ali mal alle Gegner hier. Das geht eh gut mit dem... Mit der besten Wasser-Kampagne schon. Jetzt hab ich den Weg schon aufgemacht. Da drüben ist nämlich noch ein Kanister. Deswegen geh ich jetzt nicht. Da drüben können wir noch was holen. Da können wir zum einen einen Paro holen, den wir, glaubt, nachher brauchen. Ah, da sind nochmal Gegner. Schön, euch zu sehen. Aber ich muss euch vernichten. Und hier ist nämlich noch ein Silvaner-Kanister. Wäre ich jetzt weitergegangen, hätte ich den vergessen. Genau, Huki brauchen wir noch. Mit dem kann ich fahren, das jetzt hier. Die Hakan-Musik ist auch geil, wie hier ist. Im ersten Level fand ich nicht so geil. Das ist halt so Standard. Die ist wieder total episch. Und die Gegner-Musik, die hab ich eh schon wieder. Das ist die total geil, finde ich. Ne, 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 ne. Da ist Borda. Also der blaue. Waki. Also der steht jetzt wieder auf. Und der ist so. Wir sind's. So, alle Gegner besiegen. Falscher Tor, scheiße. Jetzt hab ich sie mit Jaller wieder gekillt. Äh, so bist du ein Großteil. Ah, der hat jetzt den hier noch umgebracht. Da kann man noch hoch. Und im Au. Ganz mal ein Kanister. Biss ja schon. Gehen wir wieder runter. Ja, jetzt sind wir wieder Gegner da. Oh, gut. Umso besser für Arli. Okay, dann kann die noch mal ein bisschen. Ah, ich bin schwerer Leber. Ich dachte, die kommen jetzt nicht mehr. Ich dachte, jetzt kommt nur noch ein Ding. Wir mischen. Da ist ein Vorzack noch. Oh doch. Wunderbar. Matoro fehlt uns noch. So. Die macht mit sie. Wir haben zwei Silberne Kanister. Ist doch schon gut. Ich glaub, das sind noch alle, oder? Bis jetzt. Das Teil kaputt macht. Es wäre zu witzig, wenn der nächste Silberne Kanister schon wieder direkt erreichbar ist. Arli muss das machen. Nicht die anderen. Höchstens Huki noch. Ich glaub, Harli brauchen wir zu besuchen. Da ist ein Kanister dahinten. Das weiß ich. Da. Da ist auch Matoro. Da können wir mit Jalla was machen. Nutzt die Macht. Ja, noch einer. Sehr schön. Ich find's cool, wie das jetzt so schön mit dem Kanister sammeln auch schon gut funktioniert, weil wir die Fähigkeiten schon alle haben. Also, weil als Kind musste ich da öfter reinrennen, um überhaupt zu wissen, wo die Kanister sind. Vor allem, weil ich die Fähigkeiten noch... Ich hatte ja auch diese 15% Rabattmarke auch nicht direkt gekauft. Das war mein größter Fehler als Kind, dass ich das nicht gemacht hab, weil das hätte mir einiges erspart an Geld, das ich jetzt gesammelt habe. Hier hinten können wir was machen. Also nicht hier mal gleich weitergehen, weil sonst verpassen wir was. Hier bekommen wir nämlich auch noch ein Künstler. Und zwar hier. Damit wir dieses Zahnradmetallis Fähigkeit bedienen. So. Da kommen ein Gena raus und ein Falko und ein Goldkünstler. Da ist noch einer. Doch. Ne, noch einer. Doch. Erstens bekommen wir Geld und zweitens einen Kanister. Da ist noch was, glaube ich. Ne. Da ist noch Gold. Die Teile sind die zweitbesten. Da ist mit Matoro noch was. So. Sehr schön. Okay, wir haben schon fast alle Goldkanister. Fehlt nur noch einer. Kann sein, dass wir jetzt auch alle Goldkanister mitkriegen. Weil es wäre jetzt witzig, wenn wir jetzt wieder alle silberne Kanister haben. Und Weson nie einen Silber. Weson hat. Bei dem Brack hat er zum Beispiel einen Silber. Ich mache jetzt mit hier Harley alles kalt. Einfach damit ich diese Auszeitung bald kriege. Aber mit Harley geht das schnell, weil die killt die Gena auch ratzfatz. Hier kommen jetzt auch wieder 10.000 Gegner. Weil wir auch den Handbus brauchen. Und den haben wir ja bereits schon. Also können wir auch die Hände haben. Wir müssen aber als erstes runterfahren. Was ist, können wir das gar nicht nutzen? Hier war aber auch ein Kanister. Da drüben, da in dieser Vorrichtung. Da drüben, da drüben, da drüben, da drüben. Wir müssen gehen, da drüben. Naja, egal. Egal wo war, er ist tot. So. Schön Geld wiederbekommen. Aber wir steigen nicht ein. Wie schon gesagt, hier ist ein Kanister. Ich will später, wenn wir dann die Levels nochmal spielen, einfach nur noch mit Weson hier rein. Und dann die letzten Sachen. Und dann das Spiel wählen. So. Bordakt nehmen wir kurz. Da hat dann Silber einen Kanister. So, der ist wieder nicht umgefallen. Ist hier sonst noch was? Ich glaub nicht. Da ist die Gutaka-Maske. Oder Statue, könnte man ja sagen. So. Das reparieren wir gleich. Damit wir auch mitfahren können. Gehen wir uns gleich rum. Zur Tür. Harley-Fights. Nutzt die Macht. Der muss halt, das Level ist echt cool. Also, vom Mutaka. Let's fahren. So. So, mit Harley hier alles. Mit dem Strahl alles in Schutt und Asche legen. Ne, 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 ne. Ich weiß nicht, wie viele Kanister haben wir denn? Drei von vier, vier von vier. Hat ne, so ein 2 oder was? Hat der, hat der, hat der Maede? Oder habe ich jetzt eine Stelle mit Haka? Das kann gut sein, naja egal. Weil ich glaube jetzt kommen wir schon zu Buthaka, wenn mich nicht alles täuscht. Ah ne, bei dem war ja auch noch ein Kanister. Bei Buthaka, ganz am Ende. Wenn man ihn besiegt hat, dann kann man da auch noch ein Kanister sein. Also fehlt uns nur der von Wesen. Haben wir eh schon alles. Das ist gut. So, jetzt kommt Buthaka. Der Boss-Fight. Und er wird sauer. Und umdrehen. Fight! So, wir können als erstes den Hellen-Boss nutzen. Aber wir bringen die Gegner mit. Hier, dieser Kampf ist mit Matoro am besten. Weil man mit dem den Zoom dann einsetzen kann. So, und. Dem Hellen-Boss, Buthaka-Klau. Ich glaube, bei dem Boss muss man glaube ich nur den Hellen-Boss machen. Glaub ich. So. Oder weh, Captain. Na gut, was denn sonst, bitte. Wenn er nicht kämpfen würde, hätte Hakan ihn nicht angestellt. Ich bin froh, dass das Spiel jetzt normal funktioniert. Ohne Maturo-Glitch. Und dass wir mit Maturo jetzt ganz normal spielen können. Haken muss. Das geht eh relativ gut, wie ihr seht. Beat! Und ZACK! Uuua! Au! Der f**k! Aufstrühen! immer die schöne Klingel zu sehen und springen weiter geht's jetzt macht defiedet 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 zack 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 also ihr seht es geht gerade die Flotte den Helden muss bei ihm voll zu machen also es ist kein zäher Bosskampf ich sag ja mit Matoro geht es am einfachsten zack und das war's eh schon Mutaka ist eh schon besiegt eigentlich und wenn er setzt zwei Arme weg er kann eigentlich schon gar nichts mehr tun und ihr seht es auch ganz schwankt und kann eigentlich schon gar nicht mehr kämpfen dann beenden das mit dir Mutaka zack zusammenbauen und das war's Mutaka hat verloren so und jetzt nicht direkt seine Maske einsammeln sondern den Kanister ah cool wieder alle silbernen was das da hat man tun ja den muss er nicht sehr cool wieder ein Visorak Kelerak sollen wir schon drei Visorak Aunepus Pakari das könnte jetzt entweder Dallus Hau sein äh Hau wer ist jetzt die nochmal was habe ich schon wieder den Namen vergessen unglaublich schon wieder den Namen vergessen egal scheiß drauf so feurige Mine gemeistert juh und leider keine Auszeiten obwohl wir mental nicht so viel zerstört haben er heißt nicht Balte what the fuck naja wie schon gesagt egal so so was kaufen wir uns jetzt jetzt ein Sprungbrett Rakavip Bar die DJ Box der Liegestuhl weiter haben wir alles Schießbude Tretbude Schockenpferd na mehr alles drei Sachen noch dann haben wir das zwei teuerste neben den äh Bonus Level eh schon und dann müssen wir die Bonus Level noch kaufen und dann haben wir eh schon so gut wie alles gekauft was man halt kaufen muss und dann müssen wir nur noch die Behälter sammeln und dann haben wir es eh schon weil ihr werdet sehen unsere ich möchte euch gerade mal zeigen wenn man Gegner besiegt das müsste ein Visorak sein ja hier wenn man jetzt hier reingeht kann man sich die Gegner angucken hier da sind jetzt unsere drei Visorak die wir jetzt bei Hakan freigeschaltet haben Kehlerak sehe ich gerade nicht ah den sieht man nicht weil ich den gerade erst freigeschaltet hab den sieht man erst wenn wir jetzt das nächste Level schaffen hier haben wir Tarak und Zukor die springen halt hier rum die kann man sich hier anschauen ist ganz nett den einen Waki haben wir auch schon die Bosse kann man sich hier nochmal genau anschauen aber das machen wir dann gegen Hände wenn wir alles haben soooool schluck zu viel gebracht gebracht oh ich sehe es kommen du planst denn was also guck zum machen hatten es wir das